Hallo und herzlich willkommen zu diesem Uploadplan der Woche vom 14. bis 20.11.2016 hier bei der Südwest-Morallischen Fernsehen. Hat sich einiges geändert. Ihr seht es, beim Nebenprojekten ist es sehr viel auch geplant. Und ja, erstmal zu den News. WhatUpdate Daily kommt, wann, wenn Informationen da sind. Formel 1 hat immer noch technische Probleme. Habe ich mal wieder probiert, funktioniert immer noch nicht. Minecraft die Insel 2 Hardcore. Habe ich zwei Folgen aufgenommen. Die kommen aber nicht diese Woche, sondern wahrscheinlich dann in der nächsten Woche. Ich habe beim Zordan Firewatch gesehen. Ich habe das ja mal angespielt vor Ewigkeiten. Und ich kann das ja mal da hinten ranhängen. Da war es aber komplett auf Englisch. Ich habe fast nichts verstanden. Das war ein bisschen blöd. Ist auf jeden Fall datiert für Anfang Dezember. Ich habe ja einen Schreibfehler drin. Der Anfang heißt das. Das ist aber groß geschrieben. Na egal. Anfang Dezember ist es geplant. Ich werde wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen, dass ich das auch richtig verstehe. Und ja. Dann des Weiteren. Neues Spiel rausgekommen. Crazy Machines Nummer 3. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt playen. Das ist so ein Rätselspiel. Und Rätsel gefallen mir natürlich. Ich bin nämlich der Rätselkönig. Und Ultimate Chicken Horse. Wird wahrscheinlich in Together kommen. Let's Play Together mit dem lieben Philipp. Wer es nicht kennt, hier noch ihr Philips Gaming. Dort drüben. Ein Partnerkanal von uns. Kommt auch aus Sachsen. So. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Dann macht es super Gameplays. Und dergleichen Let's Plays. So. Jetzt kommen wir zu dieser Woche. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon richtig studiert. Transport Fever kommt Monat, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Jeden Mittwoch kommt Dashcam Euro Truck. Kam letzte Woche nicht aus zeitlichen Gründen. Ich habe aber schon wieder ein paar Folgen aufgenommen. Sodass es jetzt wieder produziert wird. Dann Minecraft. Fängt wieder an. Aber mit immer noch Folge 299.1, 2, 3, 4 und so weiter. Am 19. November habe ich einen Aufnahmetermin für die Folge 300. Aber mehr dazu dann ab Dienstag. Könnt ihr ja mal reinschauen. Wird sehr spannend. Mir was sehr Großes vorgenommen und mir helfen auch. Da ist sehr coole Leute dabei. Wenn alle kommen. Also wir machen den Wenzel so voll. Jetzt gibt es noch was Neues. Das steht am Samstag bei 8 Uhr drin. Das steht nämlich RealLife Dashcam Elmstedt zu Hannover. Ich habe nämlich am 22. Juli 2016. Also diesen Jahr im Sommer. Habe ich ein bisschen was gefilmt. Ging so circa eine Dreiviertelstunde. Hat nur mürrisch geregnet. Also ich habe den Sound da glaube ich auch ein bisschen leiser gestellt. Habe ich alles schon gerendert. Das werde ich wahrscheinlich im Laufe der Woche noch hochladen. Sodass ihr das am Samstag früh 8 Uhr anschauen könnt. Habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben. Also ich bin für Kritik offen. Aber ihr könnt auch da ruhig mal ein bisschen Feedback da lassen. Wie euch das so gefällt. Ist nämlich was ganz anderes wie Dashcam Eurotrack. Ist nämlich auch Vlive. Und ich war noch schon mal vor. Ist eine Handyaufnahme. Also ich habe jetzt keine Dashcam jetzt wirklich hier installiert gehabt. Aber es tut es auch zur Not. Sonntag wie gesagt. Dann der Uploadplan von der nächsten Oktoberwoche. Der nächsten Novemberwoche. Und zwar. Wenn ihr da jetzt mal die Timeline. Die Zeitleiste schaut nach links. Da steht 18 bis 24 Uhr. Das bedeutet. Dass in dem Zeitraum der Uploadplan kommen kann. Dann ihr merkt. Jetzt ist es. Wenn ihr das jetzt. Wo es rausgekommen ist. Ist zwischen 9 und 10 Uhr am Sonntagabend. Vielleicht schaut es noch jemand an. Vielleicht auch nicht. Die meisten wahrscheinlich dann am Montagmorgen. Guten Morgen. Statt in die Woche. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und. Ja. Das war es eigentlich. Viele Fakten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Wenn es wieder heißt. Irgendwas mit Cedric. Oder anderen Gästen. Na dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.